leute der derby stream war ja schon echt der wahnsinn wir hatten mehr zuschauer als im stadion waren also wie geil ist das denn bitte und bleibt mal beim spiel war scheiße okay abgehakt nächstes spiel ich habe was ganz besonderes für euch und zwar am freitag spielen wir gegen den vfb stuttgart und ich habe einen ganz besonderen gast hier und das macht mich sehr stolz sehr ich bin sehr dankbar dafür dass er kommt und es ist kein geringerer als lennart freitag 20 uhr geht's los live reaction schalke 04 gegen vfb stuttgart mit lennart wenn du bock hast lennart live zu erleben dann schalte ein um 20 uhr jetzt am freitag spielen wir gegen den vfb stuttgart und glaubt mir es wird ein geiler stream mal abwarten wie es spiel wird das halt da halten wir uns jetzt mal vorsichtig zurück bei schalk ist aktueller situation aber wenn du hier mit uns gemeinsam spaß haben willst dann komm rein zieht ihr den live stream rein und ich denke mal besseren gast kann man für eine live reaction für ein spiel für schalke 04 wirklich nicht haben und deswegen ja schalte ein abonniere den kanal gibt dem video und daumen nach oben und bis freitag guten tag und glück auf in die runde ja ich bin der einladung von kessie gefolgt und wir gucken zusammen am freitag das spiel gegen vfb stuttgart und wie ihr seht es werden alle register gezogen so dass wir den bock endlich umstoßen und die drei punkte einheimsen können also ich freue mich auf freitag schaltet zahlreich ein und würde sagen bis freitag gut gehen glück auf tschüss